Im Misox hat das Bähnchen, das in diesem Archivfilm auf einer der letzten Fahrten festgehalten ist, sein Leben längst ausgehaucht. Die Auseinandersetzung aber, die um die Betriebseinstellung entstanden war, ist noch immer nicht ganz beigelegt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kantons Graubünden hervor. Darin wird festgestellt, dass der Busbetrieb, der die Bahn ablöste, ein Defizit von über drei Millionen Franken verursachte. Davon trägt der Bund den Hauptteil. Auch Graubünden sollte einen Teil tragen, hat aber dafür noch keinen Kreditantrag gestellt. Dies gemäß der Kura-Mitteilung, weil mit dem Bund noch keine Einigung erzielt werden konnte.